Ihr letzter großer TV-Auftritt ist bereits über drei Wochen her. Andrea Berg war zu Gast bei Florian Silbereisens Schlager-Champions und genau dort verriet sie ganz beiläufig. Wie bitte, Andrea Berg macht eine Auszeit? Doch Beine hochlegen war noch nie ihr Ding. Wir wollen neue Songs schreiben, wir wollen ein neues Album schreiben. Und dann ziehen wir wieder los, machen Musik für die Menschen, mit dem Herzen, gehen auf große Tour 21 Städte, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer Einfach das Leben lieben, jeden Augenblick. Wenn ich gleich von der Bühne gehe, ist erstmal Schluss. Dann ziehe ich mich zurück. In diesem Jahr wird Andrea für drei Sommer-Open-Airs und drei Heimspielkonzerte auf der Bühne stehen. Die Tour beginnt im Februar 2025. Bis dahin will sie offenbar am neuen Album arbeiten und vielleicht die eine oder andere freie Minute genießen.